Howdy Freunde und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 hier bei Abschluss Zockt Let's Play. Ich glaube ich zock das ganze mit euch und heute versuchen wir mal herauszufinden was es mit diesem Karrer hier auf sich hat. Hallo Arthur. Hallo. Wann ist es zu Ende? Bedrohen oder verärgern? Speak. Don't cry boy. Speak. About your gang. I can't. Boy. Woah. Hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a work. You ready to talk boy? I told you mister. I told all he is. I don't know nothing. They ain't no friends of mine. I just been ridin' with them for a while. Horseshit. You see we heard that part so how about you tell the truth. That's what you want me to do. Heard him so the next time he opens his mouth it is to tell us what is going on. Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld here. Oh yeah! What's he doing? Where's he going? Oh don't worry. You're only balls boy. It's gonna cause you trouble. You know in Imperial Rome eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. Are you kidding me right? Of course. You sick bastards! What do you want from me? Well you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas on. Okay. Okay. Listen. I know where O'Driscoll was holed up. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious. I don't like him. I mean I like him even less than I like you. No offense. None taken. Okay then partner. Why don't you take a few of us up there right now. I got this Dutch. Should be fun. All right you. Come on. Let's go. Let's go. Let's both hope you ain't trying to trick us O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. Are you sure as shit was? John. Bill. Come here. We got a social calm needs making. Where are we heading? Uh. Up into the hills. Behind Valentine. Uh. I'll show you. John. You take this little rattlesnake with you. Any nonsense kill him. Sure. You don't pay your buddies our respect. You taking us to the cold? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look I'll give you more directions when we're close. But if I know... Where are we are? It's up past Valentine. All right. I'll leave. But very cool. They wanted to get rid of an O'Driscoll. Who'd have thought? How many times have I got rid of? I ain't an O'Driscoll. You look like one and you smell like... God damn. You smell like one too. I smell like horse shit. That's right. Boy are you high. Morgan. You got throwing knives in your saddlebag. Doug said that you might... I was asked to give them. And I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you wanna give me something, how about you give it to me? Instead of hiding it somewhere. Hoping the opportunity comes up to mention it. Last god damn favor I do you. Hey. Hey. If I got my bearings, it's over here. Yeah. I know this country. Take this track up through the rocks. Williamson. 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 What, Morgan? Just... to say... well... even you can't screw up killing O'Driscolls. It's funny. And I guess you're good here. Unless some salt-handed fellow comes along and tells you you've gone too far. What are you talking about? fighting that big bullock up in Valentine? How wise you think beating the man to death would have been? With all them folks looking on. When we supposed to be laying low. I saw your eyes, Morgan. You didn't go clever. You went soft. I'll take it. After all, you are an authority on not being clever. The captain gets a little cough in his throat. Looks at you with some big doe eyes. You gonna let comb go free? I was fighting comb when you was pretending to fight Indians. Don't call my record into question. It's your abilities that call your record into question, Bill. Now we go left. Rod will take us up and round. I feel like he leads us into trouble. What do you think? Write it now in the comments. Those are the hills. Head for them. Save your horses. We gotta climb, boys. You know, you all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks and... You've been tied to a tree. You don't know nothing about this game. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Colum's a sneak thief and a killer. Dutch is... Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you. What? We're almost on them. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true. But if it's what he says it is, and Colum O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Amen to that. Here, here. I swear, this is where he was... Shut up. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet. Taking them out as we find them. Trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. Settle this like we know how, okay? Okay by me. With you, Morgan. Alright then. Through the trees here. Okay. I think that's the route for the route. Quick and slow. Hey, we're real close. I'd leave your horses on the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. Okay. This is it. The cabin is just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said! So we need... ...Pferde-winter? ... Das sind nur die Hüte. Okay. Easy. Nochmal das ganze. Gegenstände. Oder bei Waffen. Bei Waffen denke ich mal. Sind das hier schon die Wurfmesser? Wurfmesser, da haben wir sie. Gut, die nehmen wir definitiv mit. Dazu den Bogen, haben sie ja gesagt. Die Lampe brauchen wir eigentlich nicht. Das Nahkampfmesser. So, haben wir jetzt alles? Wir haben alles. So, Wurfmesser ausrüsten. Und los geht's. Follow me, okay? It ain't far. We might have shared a horse. We ain't friends. Remember, I'm watching you. Every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you lose your balls first. Jesus Christ. Just over the ridge. Okay. Okay. Get down. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellas hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Where are you strangers? Yep. In Coa Modrisco? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. And over there. Someone's coming. So, uh, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah, yeah, yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, he'd be that mean son of a bitch. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. I'm gonna deal with this first fella. Okay. Go to work. You know what's really quiet? A knife. What are you waiting for? Hey, the next two. What's the plan? We're waiting. We're waiting. Out of the way. Keep back where they won't hear us. When I move, you move. Take them out of the distance. I can do that. Sooner we get this overwhip. Good work. Okay. You better be. I'm gonna do my best again. The next one would be. Oder der, der da auf dem Ast sitzt, ne? Wir haben uns nicht versteckt. Was machen wir über ihn? Dieser ist mir. Wir brauchen es richtig. Gehen wir uns den. Ist das nur der eine? Oh Gott, Leute. Jetzt brauchen wir den da drüben. Okay, das war's dann wohl. Ah! 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 Mist. Ist er weg? Wir sind weg. Wir sind weg. Und ich habe natürlich kein Gewehr mit. Ah! Ich habe schon seit Jahren mit uns gefahren. Niemand von ihnen geht weg! Geh weg von mir! Komm her! Mal kurz Medizin nehmen, denke ich mal. Quatsch! Mit! So! We got him! I got him! I got him! Oh shit! We got him! We got him! I got him! Mein Huit? So, ihr habt This is quite a hideout! Run and hide, if you know what's good for ya! Die, you drunk idiot! The fellas coming back in his head! Come on then! Come on! It was Rome! This is done! You're worthless underiscal heights! Okay. You aren't lying, that little toad! We caught them on the drain! Hey, let's get your damn shoes off! Leave them! Come on still here! Hey, you said come on here! I'll check. You look out here! I'm trying to find out now! There's no hideout! Old man! At the beginning was very good! But then... That was fucked! I wanted to say something else. Wurfen they just underneath? With that tree and then it was out, right? What are you doing here? The voice said, Colm would be in the cabin! Give me some of that irish gold! What do you have, O'Driscoll? What are you holding, O'Griff? What are you holding, O'Griff? You said you was looking for Colm? Die Repetier-Kabine haben wir in der letzten Folge schon gefunden. Ja, natürlich will ich schon, aber ich will halt auch. Ja, ich mach das. Nehmt ihr aber hier alles mit, Leute. Sonst rast ich aus. Guck mal, da liegt noch mehr Munition. Können wir alles gebrauchen für unser Lager. Aha, eine schöne Sammelkarte hier mitgenommen. Ja, will ich, will ich, will ich, will ich. Aber erst hier, ne? Bisschen Kaffee kann ich schaden. Kann ich nichts mitnehmen? Hier liegt nichts drauf, hier liegt noch was drauf, guck mal. So, hier vorne sind wir voll. Hier steht nichts mehr rum. Gut, dann geh ich jetzt mal in die Hütte. Hier. Hier ist es nicht los, hier ist es. Ich sehe nichts drauf, hier sind wir. Du bist gut? Ja, danke dir. Colm O'Driscoe Er ist nicht hier. Du hast uns gelegt. Komm her! Du hast uns gelegt. Du hast uns gelegt. Kom O'Driscoe ist nicht hier! Er war hier, ich versuchte! Wenn ich dich gelegt habe, ich hätte nicht gelegt. Das ist ein guter Punkt, Arthur. Okay, dann geht's, raus. Ich werde dich nicht gelegt. Ich habe dich nicht gelegt. Ich habe dich gelegt. Ich lasse dich weg. Jetzt geht's, raus! Das ist das gut wie mich zu töten! Ich habe dich gelegt. Ich habe dich nicht gelegt. Kom O'Driscoe ist einfach zu verlieren. Also? Also bin ich mit dir jetzt. Gib mir eine Pause. Okay, dann. Aber ich habe dich gelegt. Oh, ich weiß. Komm, lass uns zum Camp. Also hast du Geld, dann? Was Geld? Ja, meistens ein Geld. In der Pferde. Ich werde es checken. Der Rest von euch Leute. Geht das Camp, schnell. Siehst du, Arthur? Ich bin nicht so schlecht. Hey, Bill. Du sagst den Deutschen, dass Kieran nicht wert ist, zu töten. Nur noch. Genau bist du. Schauen wir mal. Noch eine Karte. Mit 10 Dollar nur. Da. Na, liegt schon ein bisschen Kohle rum. Nicht schlecht. Wir haben die gepokert hier. Doppelläufige Flinte. Sehr geil. Okay. Reinigen. Das Ganze ein bisschen schleudigen, ne? So, und damit haben wir eine doppelläufige Flinte. Sehr, sehr cool. Na, ich habe das angehon. Oh, ich habe das angehon. Kanin, ich habe das angehon. Ja, ich habe das angehon. Ich habe das angehon. Sechshundert Dollar. Sechshundert Dollar. Mein Anteil hundert. Hundert. Was? ein bisschen Gingseng Elixier so dann Deadeye da hab ich es mir doch gedacht alles mitnehmen das kann ich nicht mehr mitnehmen egal was im Schrank ist ich kann es auch nicht mehr mitnehmen so dann haben wir hier noch das Schränkchen oh Kern meiner Gesundheit ist leer was kann ich nicht mitnehmen mal das Häuschen merken schnell was geschnabbeliert hier gesucht Verbrechen gemeldet dann bin ich halt gesucht wir sind doch sowieso gesucht wie denn hier liegt der Kader warum Pferdchen komm ey die Cops hier aufschlagen jetzt mal raus aus dem Ermittlungsgebiet mal am besten zurück ins lager ne dort werden wir gesucht genau so Dutch van der Linde ist jetzt freigeschalten Alter Später jetzt hab ich nicht auf den Stein geschaut das war knapp die kamen da gerade geritten das hat man schon sind wir nicht mehr gesucht so nitz good girl mäßig zurück ins lager flinte wegstecken kurz die Ausdauer auf dem Pferdchen regenerieren lassen halt und jetzt machen wir weiter auf jeden Fall eine sehr sehr geile Mission 600 Dollar für die Camp Castle und damit können wir den letzten Punkt vom Camp verbessern das machen wir heute noch das machen wir noch gemeinsam damit ihr auch seht wie das Camp dann perfekt aussieht also zumindest schon mal auf gelb noch nicht so auf grün aber auf gelb die erste Stufe ja ja wer geht da Arthur Herr Moritz was können wir sagen ja ja red du weiter laber du ruhig weiter so und jetzt haben wir nämlich hier die Mission mit dem Dutch hey wo sind die 600 hin wo sind die 600 hin wo sind die 600 hin ich hab sie nicht in der Lagerkasse sind sie auch nicht aber ich hab euch versprochen dass wir jetzt hier das ganze restlos aufbessern na komm 109 das heißt ich brauche nochmal 111 muss ich nochmal spenden so circa 100 120 spenden wir jetzt zack und dann gehen wir in das Kontrollbuch da ist nämlich noch ein Punkt offen den ich noch nicht gemacht habe nämlich das hier eins nach dem anderen Dutch will etwas gemütliches sehr sehr cool und jetzt haben wir hier noch die nächste der nächste wieder außer wieder eine Karte für die bessere Planung von Reisen äh könnten wir noch machen müssen wir aber nicht machen so Leute dann dran geblieben reingehauen nächste Folge 2 dann gehen wir direkt zum Dutch und dann ja geht's ab geht's ab geht's ab dann suchen wir die Odriskelte also tschaui